Was hat sich besonders gut an diesem Ausbildungswochenende gefallen? Mir hat an diesem Ausbildungswochenende besonders gut gefallen, dass es eine kleine Gruppe war, dass wir sehr intensiv arbeiten konnten. Unsere Referentin Nadine hat das toll gemacht, mit irrsinnig vielen Beispielen, mit vielen Geschichten, aber auch mit ganz, ganz viel Handwerkszeug, was wir mitbekommen haben und es war rundum gelungen. Wie würdest du die Atmosphäre beschreiben? Die Atmosphäre am Wochenende würde ich beschreiben als arbeitsintensiv, ganz aufmerksam. Es hat natürlich auch viele Gefühle aufgewühlt, ausgelöst. Es war eine schöne Empfindung und es war auch eine tolle Gruppe und insofern hat das alles gut gepasst und war stimmig. Wir hatten viel Energie, haben viel gelacht und haben auch durchaus mal einige Momente geschwiegen. Fühlst du dich nach diesem Ausbildungswochenende gut vorbereitet? Nach diesem Ausbildungswochenende fühle ich mich optimal vorbereitet. Es gab einfach genügend Material, viele Informationen, auch viele Übungen, sodass man einfach da Sicherheit bekommen hat und ich freue mich auf das, was jetzt vor mir liegt. Würdest du die Ausbildung weiterempfehlen? Ich kann die Ausbildung uneingeschränkt weiterempfehlen. Das war wirklich richtig gut. Danke dir.